Jo Leute, was geht? Zocko Masa, die ist am Start und heute zocken wir mal wieder. Crafting the Hive! Wir sind hier, wie immer, von der letzten Folge stehen geblieben. Ähm, hab ich ein bisschen gerettet, dass ich so schlecht zocke. Wegen meinem Finger. Das bleibt immer noch so. Ich nehm mir grad hinterher auf, deswegen. Ich weiß noch nicht, wie lange diesen, ähm, bis dieser Scheiß so bleibt. Mal gucken, so. Wir wollen auf jeden Fall weiter angreifen. In der letzten Folge ganz hinten. Das ganz zum Schluss hat er ja rumgeleckt. Ähm, nicht falsch verstehen, rumgeleckt. Und dann, hab ich ihn getötet. Aber das ist auch wieder so einer, der meint, der will mich haben. Hey, ich konnte dir gar nicht lang, Alter, sonst hätte ich den jetzt runtergeboxt. Das ist ein Mann. Hups. So, du, leh. Hey. Hey, ho, let you go. What geht ab, 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 ab. Nein! Da steht gar nicht, da steht gar nicht so viele Herbsen verloren. Herbsen. Ach ja, ich hab ja in der letzten Folge gesagt, wir gehen heute mit, ähm, Daily, an der Eisenrüstung. Machen wir auch mal. Und dann gehen wir ganz hier hinten hin. Da kommen auch grad schon welche. So. Komm her, Alter. Boah, fucky. Na, jetzt habe ich langsicht. Hat auch echt was gebracht, ne? Bullshit, alter, Bullshit. Ah, nein. 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 Digga, ich würde sterben. Nein. Alter, das war nice. Das war nice, ey. Wo stehst du denn hier oben? Du gehst schön runter. Boah. Oh. Der Diafritz war akku, alter. Okay, dann mache ich noch in dieser Folge Pyro. Aha, Pyro geht. Na, die ist doch schön, na, die ist doch schön, dass Pyro geht. So, mal gucken, was auf dem Dach so los ist. Ich habe es gesehen. Oh, Junge. Oh, Junge. Gott, mich hier die ganze Zeit ab, ey. Bullshit. Oh, warte mal. Ich glaube, ich tue das Vollschwert weg. Weil, wenn ich ja mal mit dir rüstern gehe. Dann nehme ich mir einfach hier so ein Scheißschwert mit der Fettis. Dann noch mal PvP. Wer hat hier eben Hacker geschrieben? Na gut, ne? So, jetzt kommt nichts los. Ey, was ist denn hier los? Okay, ist dann auch wenn ich on... Um... Das ist eigentlich schon später. Teil 4. Haben wir. Das hier so wenig Leute und sind. Das kann ich gar nicht verstehen. Oh, Scheiße, der macht mich fertig, Alter. Der hackt aber, Leute. Der hackt ja mal richtig, Alter. Nein! Wow. Digga! Hilfe! Oh, mein kleiner Finger tut so weh, Alter. Komm, verzieh dich, Alter. Wie viel Schaden macht dir dieser Scheißbogen, Alter. Wo ist der denn? Scheißbogen? Ja. Ent. Äh. Die kämpfen da, hm? Mann, lauf doch, Alter! Immer diese scheiße Lianen, Alter! Da war im Fazit aber das Schwert dabei, oder? Rein, mein Junge! Nein! Oh, Junge, Junge, sollte ich denen grad schön helfen? Aber, das ist ja doch nicht so, hey, komm, die Fritze, hopp! Da sind da! Oh! Oh! Ja! Bucking! Buckusing! Oh! Oh! Mit der Angel, oder? Was hat der denn da auf der Angel drauf? Du Kiwi! Du Kiwi 99! Hm? Ah, das ist so rauf! Ah, das seh ich ja hier mal drin! Ach, der schon wieder! Ach komm! Ist gut! Und ich seh schon wieder Leute, die Folge ist mal wieder vorbei! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder! Bis dahin! Tschüss! 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 Tschüss!